Wir sind hier gerade in der Carago, in einer Schule und die Kinder, die haben uns gerade einige Lieder vorgeführt. Und hier haben wir einen Jungen, der ist nicht gesponsert von Beutlichen und er möchte euch etwas sagen. Was willst du sagen? Oder in den USA? Hallo! 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 Was willst du sagen? Hallo! Was willst du sagen? Für einen Paderino. Für einen Paderino? Also der Jaretz sagt, er braucht noch einen Partner. Er braucht einen Partner, damit er die Schule unterstützt wird und mit allem, was den Kindern hier anbietet. Maki, vielen Dank Jaretz! Und wer ist da? Vielen Dank!